In kaum einer Branche sind Agilität, Flexibilität und Präzision so gefragt wie in der Batterie- und Halbleiterfertigung. Das neue flexible Transportsystem FTS von Bosch Rexroth erledigt Montage- und Handlingsaufgaben mit einer Geschwindigkeit von bis zu 5 Metern pro Sekunde und einer Positioniergenauigkeit von 10 Mikrometer. Besonders wirtschaftlich ist das vakuumtaugliche FTS ebenfalls, denn es ist leicht zu programmieren, integriert sich bestens in bestehende Linien und ersetzt teure Roboter durch kostengünstige 2D-Händler.